update spezial in dieser woche zur europa wahl am 9 juni wird in deutschland gewählt aber natürlich wird ja auch in ganz europa gewählt weswegen die europa wahl auch drei tage lang geht vom 6 juni ja schon an ich präsentiere die spitzenkandidaten europaweit aber auch die der deutschen also die deutschen kandidaten und natürlich wie die aktuellen umfragen ausschauen und wie ihr euch sonst noch so über die europa wahl informieren könnt über die parteiprogramme informiert euch selbst ich erkläre nur das grobe zur europa wahl jetzt hier in diesem update spezial und damit herzlich willkommen zum update spezial hier auf youtube und auf derchotv.de ganz herzlich willkommen ist schon ziemlich lange her dass es mal ein update spezial nur auf youtube gegeben hat sonst kennt man das ja immer live auf twitch jetzt ist das mal live on tape was youtube und derchotv.de angeht ist schon lange her deswegen fühlt sich ein bisschen komisch an also das heißt wer bei dieser sendung unter anderem den news ticker vermisst der wird sich wahrscheinlich auch entsprechend wundern warum der news ticker irgendwie verschwunden ist und nicht geradewegs sagen wir mal vorhanden ist also nicht wundern würde ich mal einfach mal sagen ja das thema heute europa wahl ihr wisst in weniger als eineinhalb wochen wird europa ein neues europa parlament wählen was ja unter anderem ja auch die geschicke die zukunft und natürlich auch die richtung europas in die zukunft natürlich führt ich gehe aber in diesem update spezial nicht auf die themen der jeweiligen parteien ein weil das video würde sich dann über stunden ziehen denn eins ist natürlich klar im internet ist man ja immer gut informiert wenn man natürlich die richtigen seiten immer besucht selbstverständlich und da findet ihr ja auch auf den offiziellen seiten der parteien natürlich auch der nationalen parteien sprich in deutschland zum beispiel cdu csu spd fdp grüne afd linke bsw und so weiter da findet ihr natürlich dann auch die programme der ja der parteien zur europa wahl in einfacher ausgabe selbstverständlich weswegen ich darauf heute hier nicht eingehen hier geht es vor allem nämlich unter anderem um die funktion der europa wahl genauer gesagt wer alles kandidiert und genauer gesagt wie das alles jetzt natürlich abläuft die europa wahl wird drei tage lang dauern und zwar nämlich geht sie schon am 6 juni los und wird bis zum 9 juni gehen denn da ist natürlich für die dies nicht wissen sollten nicht in allen ländern in der europäischen union wird an einem sonntag gewählt weil zum beispiel halt die niederlande oder natürlich auch andere länder wählen jetzt ich habe jetzt kein beispiel geradewegs da ich könnte jetzt noch sagen ja tschechien zum beispiel die wählen nicht an einem sonntag also es ist diesmal nicht der 9 juni hingegen natürlich die anderen länder die sonntag immer als wahltag haben wie deutschland frankreich österreich die wählen natürlich dann an diesem sonntag an diesem 9 juni das europa parlament natürlich sowohl per briefwahl als auch natürlich über das internet möglich in estland zum beispiel kann man über den übers internet sogar seine stimme abgeben und es gibt unter anderem auch die das delegate voting ist also eine form der gemeinsamen entscheidungsfindung im rahmen eines direkt demokratischen systems um zum beispiel halt wie gesagt und das um repräsentative elemente halt ersetzt wurde bei uns ist es halt standardmäßig das klassische wir gehen zur wahl machen unsere zwei kreuzchen für partei a und partei b und gut ist genauer gesagt ist es diesmal halt aber nicht so denn wir waren nur ein kreuzchen entsprechend für unsere für die partei die wir natürlich dann wählen beziehungsweise auch für dessen spitzen kandidaten dazu kommen wir gleich denn wie gesagt es gibt ja 27 eu länder länder in der eu und es gibt ja auch wie bei den europa wahlen oder wie bei nationalen wahlen bei uns zum beispiel in deutschland gibt es ja die fünf prozent hürde die gibt es bei der europa wahl nicht für deutschland denn es gab ja mal ein urteil einer partei oder zumindest gab es mal ein urteil dass es ja hieß dass die fünf prozent hürde diskriminierend wäre und deswegen diese klausel diese sperrung halt entsprechend draußen ist in österreich gibt es sie da gibt sie vier prozent hürde die auch bei nationalen wahlen geld gilt in deutschland hingegen kann auch selbst eine partei die zwei prozent geholt hat halt ins europaparlament einziehen dann ist es halt nur ein abgeordneter im besten falle halt vielleicht auch sogar mehr und die anzahl pro mitgliedsland und eventuell auch über die eu-weiten listen zu wählenden abgeordneten ist natürlich durch einen beschluss des europarats auf initiative des europaparlaments ja festgelegt worden es gilt dabei das prinzip der degressiven proportionalität dem zufolge halt die länder grundsätzlich mehr abgeordneten haben als kleinere kleinere länder jedoch auch mehr abgeordnete pro einwohner als größe und nach artikel 14 absatz 2 des eu-vertrags müssen in jedem land zwischen sechs also kleinsten länder wie malta zypern luxemburg und 96 abgeordnete das ist in dem falle die bundesrepublik wir deutsche gewählt werden und daher das ja daher dass das ja die ersten europawahlen ohne die briten sind bei der letzten europawahlen waren die briten ja noch gezwungenermaßen wenn man das aus deren sicht mal sagen kann noch dabei jetzt sind sie es ja nicht mehr und in folge des brexits sind ja 27 sitze der britischen delegation ja frei geworden die 2019 gewählten aber noch nicht eingesetzten abgeordneten halt haben ihre sitze auch nicht eingenommen die anderen 46 sitze wurden halt abgeschafft wodurch ja dann erst mal die gesamtzahl der abgeordneten in der zeit von 751 auf 705 sank man hat sich aber jetzt ja natürlich darauf geeinigt dass die abgeordnetenzahl wieder steigt und zwar nämlich auf 720 und das hat alles vor allem auch mit veränderung in der bevölkerung halt auch damit zu tun es gibt natürlich sehr viele parteien vor allem natürlich wenn wir auf dem europäischen raum blicken sprich im europaparlament nämlich gibt es sehr viele parteien da gibt es unter anderem natürlich konservative sozialdemokraten liberale rechte linke und so weiter und so fort und die sind halt alle dann zusammengeordnet das ist dann halt die große europäische mutter partei und das versuche ich mal auch mal so ein bisschen gleich mal zu erklären ich kann es ja mal ganz indem ich dann mal gleich erst mal die spitzenkandidaten nämlich präsentiere und beginnen will ich natürlich mit den spitzenkandidaten der ja der europawahl nämlich an sich also die für ganz europa gelten denn die jeweiligen parteien schicken natürlich ideen bzw auch die großen europäischen parteien schicken ideen und wenn natürlich auch wie gesagt ein amtierender kommissionspräsident oder kommissionspräsidentin mit dabei ist in diesem falle ja ursula von der leyen da wird natürlich auch noch mal überlegt sollte das so sein oder auch nicht aber wir schauen da mal drauf das sind die spitzenkandidaten nämlich der europawahl was europaweit nämlich angeht ein paar sind es davon ich werde da natürlich gleich auch noch ein paar oder ein bisschen was dazu erzählen also da soll sich die ein oder andere partei selbstverständlich sich nicht sagen wir mal ausgegrenzt fühlen bei der evp fangen wir an oben rechts dies gesicht kennen vor allem natürlich auch ja die europäer in den vergangenen fünf jahren wir deutsche sehr gut das ist usula von der leyen die amtierende kommissionspräsidentin und spitzenkandidatin der kiristdemokraten der evp der europäischen volkspartei daneben ihrer herausforderer von der spe der sozialen sozialdemokratischen partei europas nämlich nicolas schmidt ein luxemburger politiker und diplomat seit 2019 im übrigen eu kommissar für beschäftigung und soziale rechte und ist spitzenkandidat bei der diesjährigen europawahl dann sehen wir ein weiteres bekanntes gesicht das ist nämlich marie agnes strack zimmermann von der fdp sie ist nämlich für die allianz der liberalen und demokraten für europa wo unter anderem auch die fdp dazugehört die spitzenkandidatin dies ja unter anderem ja auch im vorstand der fdp bundestagsfraktion und vor allem ja auch mitglied des fdp präsidiums und ja auch sehr oft in den medien ja öfters vertreten gewesen sie tritt natürlich dann für die alde für die allianz der liberalen und demokraten für europa der spitzenkandidat für die europäische demokratische partei wo unter anderem auch die freien wähler dazugehören die regieren ja unter anderem ja in bayern mit und das ist sandro gotzi nämlich er ist italienischer politiker war von ende februar 2012 bis juni 2018 sekretär für europäische angelegenheiten in den regierungen von unter anderem matteo renzi und paolo gentiloni mit dabei seit 2020 ist ja in frankreich ist der in frankreich gewähltes mitglied der europäische des europäischen parlaments und ist spitzenkandidat dort der europäischen demokratischen partei man muss im übrigen sagen die alde und die edp sind in einer fraktion das ist nämlich die fraktion renew europe re auch kurz angesprochen ist also entsprechend werden sie wohl wahrscheinlich nach der europawahl dort wieder zusammenkommen dann sehen wir unter frau von der leyen zwei weitere kandidaten eine doppelspitze nämlich oder eine doppelkandidatur von terry reintge links und bass eckhaut rechts nämlich terry reintge ist bei den grünen deutsche politikerin sie war von 2011 bis 2013 sprecherin der federation of young european greens seit 2014 also seit gut zehn jahren jetzt schon mitglied des eu-parlaments wurde auch vor fünf jahren wiedergewählt und ist jetzt entsprechend spitzenkandidatin auch im deutschen auch bei der bei den deutschen grünen dazu kommen wir aber gleich daneben bass eckhaut falls ich den namen richtig ausgesprochen habe ist ein politiker der parteien hohen links also der grünen in den niederlanden ist seit 2009 schon seit 15 jahren mitglied des europaparlaments wurde natürlich 14 und 19 noch mal wieder gewählt für die europawahl trat er zum beispiel unter anderem auch mit ska keller als co-spitzenkandidaten bei den europäischen grünen und gilt sogar als klimaschutzexperte für die grünen ja dann gibt es natürlich auch wie wir sehen pro europäer nämlich die partei jetzt muss ich mal ganz kurz gucken die partei volt zum beispiel unter anderem da ist der kandidat nämlich auch ein deutscher ebenfalls und zwar nämlich damian boselager sein vollständiger name im übrigen damian hieronymus johannes freiherr von boselager jahrgang 88 im übrigen ist bei der partei volt ist spitzenkandidat für die diesjährige europawahl sitzt auch seit fünf jahren im europaparlament für volt deutschland und ja tritt natürlich an und neben ihr sophie in tefeld nämlich eine niederländische politikerin war vorher bei der partei d66 jetzt ebenfalls bei volt ist jetzt auch ebenfalls wie genau sie die spitzenkandidatin für volt bei der europawahl genauer gesagt von volt belgien muss man auch so sagen beziehungsweise von volt europa insgesamt mit damian boselager sie ist im übrigen vorstandsvorsitzende der european parlament platform for securitalism in politics auch sehr interessant muss man mal so sagen dann haben wir noch jemanden ganz rechts unten ist das weiter walter beyer nämlich ein österreichischer politiker von der kommunistischen partei österreichs der kp nämlich seit dezember 2022 ist im übrigen auch der vorsitzende der europäischen linken ist auch dessen spitzenkandidat man kann so ein bisschen natürlich auch sagen dass er wie gesagt auch bei gemeinderatswahlen 2015 kandidiert hat 2016 2016 gründete er die bewegung demokratie in europa und ja ist jetzt vorsitzender der europäischen linken wo auch die linkspartei im übrigen dazu gehört und natürlich dann auch ja die entsprechenden ja der entsprechende spitzenkandidat dafür ist es gibt noch viele andere zum beispiel die europäische piratenpartei ist mit dabei massel kolya zum beispiel ist mit unterweisen politiker aus tschechien der tschechia präder also der tschechischen piraten seit 2009 sitze auch ebenfalls im europaparlament anja hirschel da habe ich leider keine information es gibt aber auch noch andere zum beispiel ja gibt es ja noch die anderen jetzt denkt man sich so moment gibt es ja nicht nur auch noch die rechtspopulisten die auch ebenfalls dabei sind die haben sich natürlich gedacht hey wir bringen gar keinen spitzenkandidaten die jeweiligen länder haben ja ihren eigenen spitzenkandidaten und darauf blicken wir nämlich jetzt nämlich vor allem ja weil ich in deutschland gebe auf deutschland hier sind nur jetzt im moment und das möchte ich auch so sagen nur die partei also die spitzenkandidaten vertreten im deutschen bundestag sind ich werde natürlich auch entsprechend auf die anderen eingehen aber nicht auf allen ja da haben wir natürlich dann oben links selbstverständlich zu beginn cdu csu bei der cdu ist es so es wird unter anderem auch gesagt dass usula von der leyen die spitzenkandidatin ist aber es gibt auch 15 verschiedene landeslisten nämlich wo natürlich dann von der usula von der leyen nicht vorne oben drauf steht aber bei der cdu ist es vor allem auch usula von der leyen die nämlich dann da als spitzenkandidatin gelistet wird warum auch manfred weber er tritt für die csu nämlich an für die schwesterpartei in bayern da ist er halt nur in bayern wählbar und ja da ist er dann entsprechend auch dann der spitzenkandidat für die csu zumindest dann in bayern bei der europa weil er ist im übrigen auch der amtierende fraktionsvorsitzende der europäischen volkspartei der evp dann haben wir katharina barley die kennt man selbstverständlich sie ist auch jetzt schon seit einiger zeit im europaparlament und seit fünf jahren jetzt schon sie ist unter anderem ja auch mitglied des deutschen bundestags gewesen war generalsekretärin der spd war auch sogar bundesfamilienministerin ich meine auch sogar bundesjustizministerin und jetzt auch wieder spitzenkandidatin der spd bundesweit halt für die europa wahl dann haben wir auch wieder zu sehen marie agnes strack zimmermann habe ich ja schon erwähnt ist spitzenkandidatin der fdp terry reinke habe ich auch gesagt dann kommen wir zur afd maximilian kra im moment ja auftrittsverbot und ja viele skandale mit dabei er ist ja ebenfalls seit fünf jahren mit dabei im europaparlament war aber ist wie gesagt ja auch im bundesvorstand ja jetzt gewesen aber wegen den ganzen skandalen drumherum auch wegen gewissen äußerungen ist er ja nicht mehr im bundesvorstand der afd aber weiterhin spitzenkandidat dann haben wir bei den linken haben wir unter anderem natürlich den bundesvorsitzenden der linken martin martin schriedriwan entschuldigung wenn ich den namen falsch ausspreche und carola rakete die sei also die aktivistin natürlich ist auch unter anderem spitzenkandidatin bekannt wurde sie ja vor allem 2009 10 als sie ja mit einem aus seenot geretteten geflüchtlingen mit dem schiff seawatch drei ja trotz des verbots der italienischen behörden ja auf die insel ampedusa anlief 2023 schloss sie sich dann den linken an und oder entschloss sie sich dann spitzenkandidatin für die europawahl der linkspartei zu werden und natürlich der covorsitzende schriedriwan der linken in den letzten monaten hat er auch immer wieder versucht ja nach dem abgang des bündnis sarah wagenknechts ja die partei wieder auf die richtige richtung zu bringen schriedriwan ist ja seit 2017 eu mit also parlamentarier seit mitglied also seit 2017 mitglied des eu-parlaments und er wurde dann natürlich auch fraktionsvorsitzender der fraktion the left und war bereits ja auch schon 2019 spitzenkandidat einer partei dann natürlich neu dabei das bsw das bündnis sarah wagenknecht da ist ja die linke also da ist ja das ist ein teil der linken ja gewesen unter anderem mit fabio de masi der gilt ja schon ja auch mit viel erfahrung nämlich was auch europa angeht denn er war ja unter anderem jahr 2014 als abgeordneter damals noch unter den bei den linken noch mit dabei machte dann natürlich auch vor allem mit seiner aufarbeitung von finanz- und steuerskandalen auf sich aufmerksam und diese fähigkeiten hatte dann natürlich auch dann für vier jahre im bundestag selbstverständlich eingesetzt als er damals für die linken nämlich auch im bundestag gesessen hat bis 20 21 ja 2022 trat er aus ist jetzt bei der bsw beim bündnis sarah wagenknecht ebenfalls mit dabei der ja der ehemalige oberbürgermeister von düsseldorf matthias geisel der ist ja aus der spd ausgetreten haben ja dann natürlich dann zum bsw und war wirklich sechs jahre lang auch also wirklich ein umstrittener oberbürgermeister der stadt düsseldorf große bekanntheit kam er natürlich dort und kurz nach der ehrung für 40 jahren mitgliedschaft bei der spd das nur so als kurze geschichte hat er sein parteibuch zurückgegeben er war unter anderem auch mit der flüchtlings- und ukrainepolitik der spd nicht einverstanden deswegen ist er jetzt auch einer zu der mitglieder der gründungsmitglieder des bsw natürlich gibt es auch noch andere kandidaten wie gesagt die nicht geradewegs im bundestag vertreten sind bei den freien wählern ist es die spitzenkandidatin christine singer sie wird nämlich für die freien wähler bayern zur wahl des eu-parlaments nämlich dann ist aufgestellt worden die gelernte hauswirtschaftsmeisterin hat ja unter anderem einen milchviehhof und sie möchte nach eigenen angaben praktisches vor ort wissen in die europapolitik mit einbringen außerdem natürlich treten auch an die die partei die partei die partei für arbeit rechtsstaat tierschutz elitenförderung und basisdemokratische initiative die partei von martin sonneborn sonneborn selbst stellt sich auch wieder als spitzenkandidat auf zusammen mit sibylle berg nämlich bei der europa wahl und auch die ödp zum beispiel tritt wieder an mit manuela ripper auch volt ist mit dabei damian boselager wie gesagt ist mit dabei der auch spitzenkandidat für die europäische volt partei ist und bei den piraten ist es anja hirschel die sich ebenfalls aufstellt ja das sind so gesehen die spitzenkandidaten der europa wahl wie schaut es aber eigentlich aktuell aus klar ist es natürlich in heutiger zeit wir wissen ja seit vielen vielen jahren wenn man auf die umfragen selbstverständlich gucken dann stellt man sich die frage wie schaut es denn da aktuell aus ich habe da mal ein bisschen was mitgebracht und zwar nämlich gerade von natürlich meiner zuverlässigen seite wahlrecht de wo man unter anderem die neuesten umfrage werte selbstverständlich lesen kann und da kann man unter anderem sehen wie es aktuell auch ausschaut also wir sehen unter anderem natürlich klar wir haben im übrigen keine fünf prozent hürde bedeutet also jeder dieser parteien die natürlich ein paar prozente selbstverständlich hat wird natürlich irgendwie einen abgeordneten platz dieser ich habe jetzt die zahl vergessen über 90 sitze selbstverständlich dann bekommen und wie wir sehen laut der letzten umfrage die nämlich durch insa im auftrag der bild am sonntag getätigt wurden vom 23 bis zum 24 fünften also vor ein vor also vergangene woche würde die cdu dann oder die union sagen wir mal auf 30 prozent kommen die spd auf 14 grünen auf 13 fdp 4 linke 3 afd 7 freien wähler drei prozent das bsw sogar bsw sogar sieben prozent und die sonstigen kommen auf neun prozent wenn wir mal auf die jugaf umfrage gucken die jugaf sich selbst zum selbst natürlich beauftragt hatte dort wurden im übrigen online 2194 bürgerinnen und bürger befragt so würde die cdu auf 29 prozent kommen spd auf 16 grüne auf 15 fdp auf 4 linke auf 4 die afd auf 20 prozent und das bsw auf sechs prozent alle anderen parteien ebenfalls sechs prozent würde also auch bedeuten die piraten auch die freien wähler die türschutzpartei und die partei die hier gelistet sind sind ebenfalls mit dabei dann können wir auch noch mal auf das forschungsgruppe wahlen und ztf gucken da ist schon die umfrage gut zwei wochen alt vom 17 mai das da nehme ich ja auch mit der jo tv immer die daten ja immer her und wenn jetzt da halt wie gesagt das ist sowohl ja mit telefon und sms basierte online umfrage gemacht worden 1247 haben mitgemacht so sieht man die cdu csu wird auf 31 prozent kommen die spd auf 14 grün und afd auf 15 linke auf drei fdp auf 4 das bsw auf 5 und alle anderen auf 13 prozent also man sieht das wird natürlich sehr sehr spannend sein die frage stellt sich natürlich wie wirkt das sich auch auf der afd aus oder bei der afd aus nach den ganzen skandalen nicht nur natürlich man muss es ja so sagen was russland angeht die nähe zu russland oder auch china geht wie wir es ja natürlich wissen es gab ja jetzt ja wieder vergangenet in den vergangenen tagen wieder durchsuchungen von büros im europaparlament darunter auch eines ehemaligen mitarbeiters oder eines ehemaligen mitarbeiters von maximilian kra und da wird natürlich sich die frage stellen lassen sich davon die bürgerinnen und bürger natürlich beeinflussen dass man natürlich sagt okay gut kann ich halt auch gar nicht entsprechend meine stimme abgeben wer sich natürlich immer noch unentschlossen ist aber wenn er natürlich gerne mehr informationen haben will zur europawahl ich habe da so ein paar infos natürlich rausgekramt das findet ihr alles unter dem video in der video beschreibung selbstverständlich dort findet ihr unter anderem natürlich die bilanz der vergangenen fünf jahren die strategische agenda was die eu für euch bürgern selbstverständlich tut wenn wir nicht dass sie jetzt so ein bisschen ausarten würde das video würde zwei drei stunden gehen dann könnte ich auch gleich live auf twitch machen was es aber glaube ich auch nicht sagen wir mal angenehmer machen würde wie und wann kann ich natürlich wählen da wird auch noch mal gezeigt wie wähle ich in meinem land da kann man das noch mal entsprechend sagen kann jetzt hier sagen deutschland sprach auswählen deutsch und dann ist ja alles entsprechend aufgelistet das habe ich auch noch mal hier entsprechend aufgelistet wenn ihr sagen wollt wann wird nämlich in deutschland gewählt bei der europawahl ihr seht am 9 juni wie viele abgeordnete werden gewählt 96 werden gewählt von den 720 waren das jetzt und wie werden die abgeordneten gewählt das wird auch noch mal gesagt wer kandidiert da könnt ihr dann natürlich wie gesagt wahlvorschläge könnten hier noch eingereicht eingereicht werden und oder können halt nicht mehr und das ist es halt auch und da wird da gibt es natürlich dann noch sehr sehr viele fragen da will ich natürlich auch nicht auf auf das genauere detail eingehen das ganze gibt es auch natürlich bei der webseite der bundesregierung da wird selbstverständlich auch noch mal gefragt wenn ihr da entsprechende informationen haben wollt und wenn ihr euch natürlich direkt auch mit den themen interessieren wollt dann gibt es natürlich klar das allseits beliebte tool valomat ich möchte auch noch mal ganz kurz hier darauf hinweisen dass der valomat natürlich keine wahlempfehlung ist das heißt was der valomat sagt müsst ihr nicht unbedingt wählen solltet ihr auch nicht ihr solltet selbst und deswegen weise ich immer darauf hin oder habe ich immer darauf hingewiesen dass natürlich der valomat euch nicht die entscheidung abnehmen soll sondern dass ihr selbst eine entscheidung treffen sollt geht auf partei also geht beziehungsweise geht online auf die webseiten der parteien lest euch die wahlprogramme durch dies inzwischen auch schon in einfacher sprache gibt oder geht auf irgendwelche veranstaltungen die auf wochenmärkten stattfinden oder von anderen parteien um halt einfach mal rein zu hören was sie nämlich bringen dahin zu gehen und zu pöbeln und zu sagen ja alles scheiße will ich sowieso nicht das bringt es generell eigentlich nicht auch wie gesagt am ende einfach nicht zu sagen valomat wird mir am ende da irgendwie etwas bringen das ist halt auch keine richtige entscheidung deswegen müsst ihr auf euer herz auf euren kopf oder auch euer bauchgefühl hören und dann natürlich sagen wie schaut welche partei kann ich am ende wählen und ob das dann natürlich eure richtige entscheidung war das müsst ihr dann selbst wissen denn so funktioniert demokratie jetzt würde man sich auch die frage stellen war die machst du normalerweise nicht auch in solchen videos auch den valomat ich habe lange überlegt deswegen auch dieses video erst recht spät kommt und habe dann natürlich gesagt okay ich werde mit dem heutigen update spezial es jetzt verzichten zu wahlen immer so einen valomat zu machen denn einerseits klar bei europawahlen und bundestagswahlen kann ich das selbstverständlich weitermachen das ist kein problem aber die sache ist die das ist vor allem auch mein privat also auch aus privaten gründen mache ich das nicht mehr weil es da halt auch sagen wir mal gewisse dinge gibt wo ich natürlich auch sage das möchte ich halt einfach nicht machen ich habe es auch schon sehr sehr oft gezeigt und ich glaube jeder ist inzwischen halt auch schon fähig diese dieses tool zu benutzen deswegen dann halt auch einfach nur noch der hinweis darauf ist valomat ist da denkt bitte aber dran es soll ein informationsangebot über wahlen und politik sein aber es ist keine sagen wir mal wahlempfehlung und das möchte ich auch noch mal darauf hinweisen deswegen macht selbst den valomat wenn ihr wirklich sagt okay da bin ich mir nicht so sicher was da rausgekommen ist dann kann man natürlich entsprechend sagen selbstverständlich würde ich dann das und jenes so machen und wir würden es also und ich würde dann natürlich noch mal bei der partei gucken so könntet ihr das entsprechend machen das sind so gesehen so ein paar wichtige infos zumindest zu den spitzenkandidaten was wie gesagt ja die parteiprogramme an sich angeht da möchte ich wie gesagt gerne darauf hinweisen dass ihr da selbstverständlich bei den parteien reinguckt weil sonst würden würde das jetzt auch vor allem eineinhalb wochen davor ein bisschen zu viel sein ich muss auch im übrigen gestehen aus privaten gründen habe ich halt auch nicht viel planen können bezüglich solcher spezial videos aber es wird natürlich dann wenn so langsam in richtung europa wahl geht auch ein bisschen mehr bei update und bei derchotv.de also update live auf twitch und natürlich auf derchotv.de ein bisschen mehr über die europa wahl berichtet und das könnt ihr gerne natürlich auch machen geht auf die webseite derchotv.de informiert euch dort gerne über die wahlen und am 9 juni ab 17 30 bin ich da natürlich live auf twitch mit der wahlbericht erstattung selbstverständlich mit euch live dabei bedenkt bitte natürlich dass ich versuche dort auch selbstverständlich mich ein bisschen neutral zu verhalten vor allem hat man ja immer wieder seine politische ausrichtung seine ideologie und ich möchte dann natürlich auch darauf hinweisen wenn wir selbstverständlich auf die europa wahl blicken dann möchte ich auch gerne darauf hinweisen dass ihr selbstverständlich dann bitte da auch sachlich bleibt wenn es zu diskussionen kommt und alles mögliche schaut auf dem twitch kanal vorbei könnt ihr gerne ein follow da lassen würde ich mich sehr darüber freuen das war es dann von diesem update spezial zum thema europa wahl news natürlich wie immer auf derchotv.de und wann die live streams und so laufen da könnt ihr gerne im wochenplan reinschauen im discord auf derchotv ihr findet alle links unten in der video beschreibung ganz einfach ja habt nur halt schon so lange nicht mehr so ein video gemacht ein normales video auf youtube ist schon lange lange her aber was soll's dennoch bedanke ich mich für zuschauen und wie gesagt solltet ihr noch nicht abonnent dieses youtube kanals sein einfach mal abonnieren drücken und die glocke aktivieren das wäre auch sehr sehr cool dankeschön fürs zuschauen wir sehen uns dann das nächste mal wieder also bis zum nächsten mal tschüss geht wählen ist wichtig